Herzlich Willkommen zum Tipp der Woche und zwar möchte ich euch einfach mal heute einen kleinen Hinweis geben zur Nutzung von Grips, weil ich ja mit ein paar Mädels in der letzten Zeit einfach das Thema hatte und die das genauso betroffen hat, wie mich das betroffen hat und ich da für mich jetzt eine gute Lösung gefunden habe und zwar kann es einfach sein, wenn man die Grips nutzt, dass es einem die Handgelenke irgendwann wundscheuert. Das war bei mir der Fall und das war auch bei einigen Mädels der Fall. Ich weiß nicht, ob das auch Männer betrifft, wahrscheinlich haben Männer weniger sensible Handgelenke als Frauen, aber ich habe wie gesagt mit einigen Mädels gesprochen und die hat das alle betroffen und ich habe dann für mich die Lösung gefunden, dass ich mir so ein paar Tennisarmbänder geholt habe und die einfach verhindern, dass ich mir da die Handgelenke wundscheuere. Die zieht ihr quasi einfach unten drunter, macht dann die Grips drum, am Ende sieht es dann so aus und ihr verhindert dadurch in wundscheuern eure Handgelenke. Und ja, mir hilft das sehr gut, also wer da ähnliche Probleme hat, probiert das einfach mal aus. Das ist echt, finde ich, ein Game Changer.